Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die hauseigene Wattmessung von Garmin nutzen könnt. Ich habe das Ganze hier mal mit der Phoenix Six gezeigt, bzw. mit dem roten HRM Brustgurt. Ich gehe mal kurz darauf ein, welche Geräte kompatibel sind, wie man das Ganze einrichtet, wie es in der Praxis aussieht und wie es dann am Vergleich mit Strike Food Pot aussieht. Viel Spaß! Ja, was brauche ich aber alles, um die Leistungsmessung auf die Uhr zu bekommen? Also erstmal ist es so, die Leistungsmessung geht auch mit der Phoenix 5, dann geht es mit der Forerunner 645, bzw. auch mit den 945er Modellen ist das möglich. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, welche Geräte kompatibel sind. Dann benötigt ihr einmal den Brustgurt. Ich habe jetzt hier den roten HRM Brustgurt. Es ist aber auch möglich, mit dem HRM Tree zu laufen. Das bedeutet, es ist der blaue Brustgurt, also das hier, dieses Ganze hier blau. Beziehungsweise Garmin hat ja auch einen eigenen Food Pot, der funktioniert auch. Was ich jetzt leider nicht gefunden habe, ist, ob der neue HRM Pro das Ganze unterstützt. Auf der Garmin Webseite wird dann nur von Laufeffizienzwerten geredet. Ich habe jetzt auch in der App selber keine Bezeichnung gefunden, dass diese Pro-Version funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, kann es aber selber leider nicht testen, da ich keinen Pro-Gurt habe. Falls ihr einen Pro-Gurt habt und das ausprobiert habt, dann schreibt doch mal gerne einen Kommentar, ob das Ganze funktioniert. Würde mich auch mal interessieren. Ja, wir gehen wir aber als erstes mal vor. Wir müssen die Phoenix entsprechend erstmal einrichten, damit sie das Ganze überhaupt verarbeiten kann. Wie gesagt, hier Leistungsmesser ist hier schon verbaut. Man muss nur noch die Kommunikation zwischen der Uhr und dem Leistungsmesser aufrechterhalten, bzw. erstellen. Dafür müssen wir einfach jetzt hier in den Connect IQ Store hinein und dann bekommt ihr jetzt hier auch schon mal eine Übersicht eure Uhr. Wir sehen jetzt hier, hier ist meine Phoenix entsprechend verbunden. Wir sehen hier unten, dass das Ganze sich jetzt gerade connectet. Und das Ganze ist ein Datenfeld. Das bedeutet, ihr müsst nach einem Datenfeld suchen. Wir haben ja hier verschiedene Kategorien. Oberfläche, Geräte-Apps, Datenfelder, Widgets und meine Musik. Ja, wie finde ich das Ganze? Wir gehen jetzt einmal entsprechend in die Suche und dann sehen wir jetzt schon, ich habe das Ganze schon mal gesucht. Wir haben hier ein Datenfeld, habe ich jetzt ausgewählt. Und habe jetzt einfach mal Running eingegeben. Warum habe ich Running eingegeben? Ganz einfach, es gibt einmal ein normales Runningfeld von Garmin. Wir sehen jetzt hier dieses Icon, das ist immer von Garmin. Das ist Running Power. Es gibt da nochmal ein Combo Running Power. Das habe ich jetzt aber bis jetzt noch nicht benutzt. Und es gibt die Möglichkeit, wenn ihr ein Average Running Power haben wollt, also einen Durchschnittswert, dann könnt ihr auch entsprechend das Ganze aussuchen. Ich möchte aber an dieser Stelle ganz normal der Running Power haben. Dann geht ihr hier da entsprechend drauf. Und dann gibt es hier kompatible Geräte. Da gehen wir mal einfach drauf und dann sehen wir jetzt hier die Forerunner 645 zum Beispiel oder 745er Modelle. Aber auch die Decent Modelle bzw. Phoenix 5 Modelle sind dabei. Und wenn wir jetzt hier ganz weiter runter gehen, sehen wir auch, dass da noch entsprechend die Phoenix 6 kommt. Und wenn ihr das Ganze nun installieren wollt, geht ihr hier einfach ganz einfach auf Installieren. Dann wird hier noch gefragt, ob ihr das möchtet. Dann sagen wir ja, zulassen. Und dann wird das Ganze jetzt auch entsprechend schon installiert bzw. mit der Uhr bei der nächsten Synchronisation synchronisiert. Falls ihr euch fragt, wie lange das Ganze dauert, immer ganz einfach hier unten zu sehen. Da ist so ein kleiner grüner Balken, der ist nicht so ganz auffällig. Man fällt da gleich auf und dann sehen wir einfach noch, wie lange die Installation dauert. So, wenn die Installation erfolgreich war, dann seht ihr jetzt auch, dass entsprechend das Ganze hier erfolgreich durchgeführt worden ist. Ja, ich werde natürlich die angesprochenen kompatiblen Geräte hier nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diese Links nutzt. Dann unterstützt ihr auch noch ein bisschen den Kanal. Ja, wir gehen jetzt weiter vor. Also wir brauchen eigentlich das Handy, brauchen wir jetzt nicht mehr. Den Brustgurt, den muss ich jetzt gleich anziehen. Und jetzt richten wir jetzt erstmal entsprechend das Datenfeld ein. Ja, wie füge ich das Ganze entsprechend hinzu? Das ist eigentlich ganz einfach. Dafür geht ihr in die Laufaktivität hinein. Die wählt ihr entsprechend aus. Und dann könnt ihr hier mit der mittleren Taste ganz lange draufdrücken. Dann geht ihr einfach hier auf Laufeinstellungen. Und dann könnt ihr hier auch schon die Trainingsseiten einstellen. Dafür geht ihr jetzt einfach hier auf Trainingsseiten. Und wenn ihr jetzt noch, ja, keine ersetzen wollt, könnt ihr einfach einmal hier hochgehen und geht hier auf Neu hinzufügen. Dann sagt ihr einfach Benutzerdefinierte Daten. Das wählt ihr entsprechend aus. Dann braucht ihr nur ein einziges Feld. Dann bestätigt ihr hier oben rechts wieder. Sagt ein Feld. Hoppala, das war einmal zu schnell. Und dann sehen wir jetzt auch schon die Connect IQ Felder. Also wir haben jetzt 0 von 2 genutzt. Ihr könnt maximal 2 nutzen. Das wählt ihr entsprechend aus. Und dann gibt es hier bei mir jetzt Stride Zones und das RunPower Workout. Das ist übrigens das Workout, was ich meinte für, wenn ihr Stride nutzt. Und dann gibt es aber hier nochmal ganz einfach die Laufleistung. Heißt das Ganze dann hier bei Garmin. Die wählt ihr aus. Und dann könnt ihr das Ganze noch entsprechend auswählen, wo das erscheinen soll. Ich mache das einfach mal hier zwischen rein. Und dann gehen wir das entsprechend aus. Und so habe ich schon mal die Laufleistung eingerichtet. Wir sehen es hier, wird momentan 0 angezeigt. Und dann habt ihr auch schon entsprechend das Ganze schon mal vorbereitet. Ja, falls ihr noch keinen Brustgurt von Garmin verwendet habt, zeige ich euch auch nochmal ganz kurz, wie ihr den verbinden könnt. Ihr müsst den entsprechend anziehen, damit er damit aktiviert wird. Das ist eigentlich ganz einfach. Hierfür gehen wir einfach ganz lange auf diese mittlere Taste. Und dann gehen wir im Menü hinunter. Immer weiter, bis wir zu Sensoren und Zubehör kommen. Da drückt ihr einfach auf OK. Dann geht ihr auf Neu hinzufügen. Dann machen wir, jetzt könnte man theoretisch noch sagen, Herzfrequenz, ja, externen Herzfrequenzmessungen können wir jetzt mal auswählen. Und dann wird auch schon entsprechend der Sensor gesucht. Und dann sehen wir auch schon, hier ist die ID des Sensors. Und den fügen wir jetzt einfach hinzu. Und so ist das Ganze miteinander verbunden. Und ihr könnt direkt loslegen. So, ich habe jetzt den Brustgurt an und die IQ-App zugeordnet. Wir sehen jetzt hier, ich glaube, eine Leistung von 305. Und wenn ich jetzt stehen bleibe, dann dauert es einen Moment. Dann geht auch die Laufleistung zurück. Wir sehen hier, es ist ein kleiner Versatz drin. Und es dauert tatsächlich einen Moment, bis es auf Null ist. Dann würde ich sagen, laufen wir mal schnell los. Wir sehen hier, direkt wird hier die Power angezeigt. 185, 210. So, wir laufen jetzt mit 285 Watt. Im Vergleich, Corus Apex Pro hat aktuell gerade den Stride Woodport. Hier sind wir mit 270 Watt unterwegs. Und Garmin zeigt 390,350 an. Aber zum Vergleich kommen wir dann gleich noch. Ja, da möchte ich nochmal ganz kurz die Werte anschauen. Der hauseigenen Garmin Wattmessung. In dem Fall mit der Phoenix X Pro und dem HMM-Gurt. Beziehungsweise dies dann vergleichen mit der Corus Apex Pro. Und diese hatte dann den Stride Foodport verbunden. Wie wir jetzt gut erkennen können, ich habe hier drei Diagramme aufgerufen. Oben seht ihr jetzt die Steigung, wobei das jetzt natürlich ein bisschen übertrieben ist. Das sind hier nur von 97 Höhenmeter auf 102. Also von Steigung kann man nicht so wirklich sprechen. Ich habe leider jetzt bei dem Wetter nicht die Möglichkeiten, bergiges Gelände zu laufen. Beziehungsweise nicht das passende Schuhwerk dazu. Dann habe ich in der mittleren Grafik die Pace. Also hier sieht man einfach dann meine Pace, die ich gelaufen bin. Ganz normal Minuten pro Kilometer. Und in der unteren Grafik seht ihr einmal im orangenen Bereich die Phoenix X Pro, die Wattmessung. Und die Corus Apex Pro mit dem Stride Foodport. Was wir als erstes schon gut erkennen können, ist, dass die Wattmessung der Phoenix ja generell immer höher ist als die des Stride Foodport. Also das ist hier konsequent und da gibt es auch wirklich keinen Unterschied. Was wir auch gut erkennen können, wenn wir die mittlere Grafik anschauen, dass ich halbwegs eine konstante Pace gelaufen bin. Das ist immer so ein paar Sekunden Abweichung, aber das würde ich jetzt einfach mal des GPS-Fehlers einräumen. Aber hier sehen wir eigentlich, dass ich hier einen guten Wert gelaufen bin, ziemlich konstant. Und dann sehen wir oben hier, dass es einen kleinen Anstieg gab. Wobei, wie gesagt, der Anstieg ist jetzt hier nicht ganz so wörtlich zu nehmen. Das reicht aber auch schon mal, um den Sinn der Wattmessung zu zeigen. Wir sehen, wie gesagt, in der mittleren Grafik immer eine konstante Pace. Und unten sehen wir ja doch bei der Power- bzw. Wattmessung eine sehr unruhige Grafik im Vergleich. Und wenn wir jetzt mal oben schauen, die grüne Grafik, wo die Phoenix X Pro die Höhenmesser angibt, sind wir jetzt hier in der Steigung und wir laufen, wie gesagt, eine konstante Pace. Aber wir sehen hier, dass die Wattwerte doch hoch gehen. Also das heißt, die Leistung bzw. die Arbeit, die ich erbringen muss, um diesen Anstieg zu laufen, ist natürlich höher. Was sich natürlich nicht in der Pace widerspiegelt, weil ich die konstant gehalten habe. Aber um diese konstant zu halten, muss ich entsprechend hier eine höhere Wattleistung laufen. Das gleiche sehen wir dann, wenn es hinunter geht. Also ich laufe einfach mit der Grafik weiter. Wir gehen jetzt in den Abstieg hinunter. Und hier bleibt die Pace auch gleich und die Wattmessung geht runter, weil natürlich entsprechend hier die Leistung bzw. weniger Leistung benötigt wird, um hier die gleiche konstante Pace zu halten. Was an dieser Stelle auch noch sehr interessant ist, sind zwei Dinge. Und zwar, ich habe ja den Lauf ein bisschen unruhig gestaltet. Ich bin mal stehen geblieben, habe mal einen Sprint gemacht, um einfach hier auch mal ein paar Sachen zu zeigen, wie sich das Ganze verändert bzw. hier auch einen Vergleich zu machen. Und da sehen wir auch schon ganz interessant, ich habe hier einen kurzen Stopp gemacht bei 16,47. Und beide Leistungsmesser haben das fast gleich angegeben. Also der Stride Footpot war bei 0. Die Phoenix 6 hat es auf 57 Watt runter geschafft. Aber wir sehen aber auch einen Umkehrschluss hier oben, wenn wir uns mal die Pace anschauen, und dass doch die GPS-Uhren da gewisse Probleme haben, das zu zeigen bzw. diesen kurzen Stopp wiederzugeben. Also wir sehen hier bei die Chorus Apex, die hat zwar hier gemerkt, dass ich ein bisschen langsamer geworden bin oder für sie langsamer war. Die Phoenix hat es ein bisschen besser gemerkt an der Stelle sogar. Aber das Stehen haben beide Uhren zumindest in der Pace nicht mitbekommen. Nochmal gravierender ist es hier bei 16 Minuten und 52. Hier bin ich doch ein bisschen länger gestehen geblieben. Also das sind ja hier immer nur ein paar Sekunden, die es da hier betrifft. Und wir sehen es hier unten, es ist eine Nullwattmessung, also beide Wattmesser haben hier Nullwerte erreicht. Wir sehen aber hier, dass zum Beispiel die Phoenix, sie hat einen Stillstand mitbekommen, sage ich mal. Die Chorus Apex selber hat zwar mitbekommen, dass ich hier langsamer geworden bin, aber das hat wohl scheinbar nicht ganz gereicht oder die Messung hat es nicht ganz gereicht, um hier festzustellen, dass ich doch hier stehen geblieben bin, obwohl hier die Chorus Apex Pro an der Stelle auf Sekündig eingestellt ist. An was das genau liegt, kann ich jetzt nicht wiedergeben. Für mich leicht ist es auch an der Stelle mit der GPS-Daten ein bisschen schwierig, dass da die Uhren ein paar Probleme haben. Also auch hier an der Stelle, weil ich doch teilweise ein bisschen durch, ja, Wald ist jetzt übertrieben, aber so ein paar Bäume stehen da schon, wo ich da entsprechend stehen geblieben bin. Wenn ich jetzt aber den Stride Foodport mit der Phoenix Six vergleiche, beziehungsweise hier der Phoenix Six Probenhaar im Brustgurt, dann sehen wir, dass wir bei der Phoenix Six doch tendenziell immer höhere Wattwerte haben und insgesamt ist der Graph auch ein bisschen unruhiger. Man muss dazu wissen, der Stride Foodport ist ja direkt am Fuß, beziehungsweise am Schuh befestigt und der Brustgurt ist ja direkt, ja, wie es der Name sagt, an der Brust. Also haben wir hier auch schon mal eine kleine Differenz. Dennoch können wir erkennen, dass es zumindest im Groben und Ganzen hier ein, ja, zumindest die Tendenz wiedergibt. Im Umkehrschluss kann man sagen, wenn ihr also jetzt auf Wattwerte trainieren wollt, ist natürlich der Stride Foodport die bessere Wahl, da ihr ja dann auch Trainingspläne habt und hier direkt auf Watt trainieren könnt. Das wird auch sprechen mit der Phoenix dann unterstützt, beziehungsweise ihr müsst euch dann die entsprechende App auf die Phoenix laden. Wenn ihr jetzt aber sagt, wie gesagt, ihr wollt nur ein bisschen laufen und hier wissen, was los ist, dann langt es auch völlig mit dem HM Brustgurt zu laufen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch mehr interessante Videos rund um Sportohren sehen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, vor allem bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.